3 Kalee geladen, vorbereitet, hergestellt. Werde an der beschobenen Seite. Die Alpha Blick Richtung Plateau, dahinter die Anhöhe, Sicht bis 2400 bei mir. Thomas, mit dem N-Schalter kannst du kleines oder großes Seefeld drücken. Ah, ja. Wie beim Zwoar auch. Okay, das habe ich hier schon auf Taste gesehen. No Whisper target found. No Whisper target found. Die Alpha haben gefordert, einschießen, Plateau bei Nebel in 240. Feindsichtung, Schützenpanzer, Prost. Alle Hermes weicht jetzt aus über 57, sprich aus Richtung Eggersdorf. Ja. 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 Die Alpha gehen, die 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 Abgesessene schützen uns. Abgesessene schützen uns. Kleine Gebäudegruppe, ca. 600, 700, südostwärts, 2. Halbzug. Angefordert einschießen, Artillerie in 2.30. Aufschlag HE Plateau jetzt. Aber erkannt. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Kein schießen, abriegeln, 3-3-1 nördlich jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Teile Charlie 2 ausweichend erkannt Ende. Vielen Dank. 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 Also von daher alle Teile frei. Ich helfe bei Feinkontakt sofort an. Ich helfe bei Feinkontakt. 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 Feinkontakt. Ich helfe bei 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 Feinkontakt. Ja, weiter beobachten. Alles wird gut. Geattack крупまたai über Feinkontakt. Das war's für heute. Das war's für heute. Westlich am Waldstück. Geht dann schonmal den Motoren an? Was macht er denn jetzt? Wie schlecht machen Motoren an? Mein Fanta fährt los. Aufschlag. Westlich Silo in 40. Westlich. 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 Einzuschlafen. Letzte FZ geladen. FZ geladen. Vorgetastet. Feuer Heinz stellen. Und zick-zack fahren. Und... Heinz, fahr auf mit 2 in die 3-1, also linksweite Heinz. Und gelegentlich kein Hebel werben. Und dann in die andere Richtung. Und fahr nicht auf die andere. Kein zweiter links. Kein zweiter links. Ah, 5 oder 2 links. Ja. 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 Fahrer, Fahrer. Fahrer. Schreit mir an. Einrichtung. Abgewässene Schützen. Süden. Jawoll. Verstanden. Endes. Du stehst ja jetzt einigermaßen am Hinterhang. Sanni kommt jetzt erstmal zu dir. Jo. Und hast du nachmunitioniert oder hast du überhaupt geschossen? Ich hab geschossen, aber noch nicht nachmunitioniert. Ja, dann mach das jetzt. Jetzt mal, okay. Ich war bis jetzt noch am Fahrrad. Ja. Jetzt bist du in der Sanke nehm ich drin, dann kannst du gut nachmunitionieren. Ja. Dann komm mal einfach noch ein Maurer, in der Ort. Ja dann bist du. Du haal bin doch toll. Und ich Truth in der Nähe, ich habe mal mal ein paar Jahre hin. Musik Munitioniere nach. Munitioniere nach. Charlie-3, nachladen abgeschlossen, bin in Stellung, Ende. Stellung erreicht. Die steht hinter dir. Ja. Dann versorgt er für Schalt. Keine geladen, voller getastet. Ah, Versorgung beginnt. Wie lange, 15? 14, 48 noch. Also 15. Sobald wieder fahrtötig, wirst du sofort ausweichen in die 3.2 vermutlich. Ja. Bei der mittleren Stellung, ja. Bei NATO jetzt Panzerkompanie. Ja. Ja. 3. Und wenn du ausweist, wechselst du nach Westen von der 3.2. Die zweite von rechts. Verstanden. von links mal nicht. abregeln. 3.1 und 3.2 wird dann angehoben. Ja. 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 Was? Auf bein. Auf. Das passt. Oh. Was? Das passt. Ja. Ich kann den Knacken durch. und dort wo die große waldkulisse ist da kommen gleich panzer links auf 11 uhr ja 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 ich hab mich mal auf deinen rechtschützensitz gesetzt deswegen komme ich noch nicht mit auf panzer erkannt rechts vom waldkulisse kurz vor feldposten einverdichtet weiter in dem bereich treffer blitz geladen feuer gefangen treffer blitz ein weiteres feldposten zwei panzer im süden genau süden zwei stück drei treffer blitz letzte kei geladen geladen feuer danach im z laden treffer blitz einverlichtet im z geladen feuer getastet feuer treffer blitz das ist noch ein bewegungsunfähiger links der feuer wand treffer blitz ok hab ihn jetzt der z geladen feuer getastet rechts weiteren panzer erkannt feuer treffer blitz panzer vernichtet muss umladen bei mir sind noch neun minuten wir suchen deshalb erstmal hier so lange es geht die stunden zu halten von nachladen ap ke nur ke ok ok gute feldposten geht warte kom nach 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 Miami nach nach 3 geladen, voller getastet. 1, hast du alles nachgeladen? Ich hab noch nicht nachgeladen. Ja, das ist ja jetzt nicht 1 genug Zeit. Ja, mein Ladenschiff hat sich auch erwischt. Jetzt erkenn ich, wird trotzdem nachgeladen. Bin nicht, wird dann nicht. Aber Nebel kannst du ja nachladen. Jetzt kommt die Ruinleiste, hier ein paar Zirkungenladen, alles. So, nachladen scheint bei Ende zu sein. Ich fahr wieder vor. Langsam. Mal. Panzer, K.E. Panzer. Achtung, Antretender Kampfpanzer, Süd. Feuer. K.E. Vernichtet. Geraden, voller getastet. Ups, rechts weitere. Feuer. Stehen gerade. Einer brennt. Fahre weiter nach vorne. Ich seh ihn nicht. Beide vernichtet. Geladen, voller getastet. Stopp. Panzer, Waren, Verlängerung. Große Silo, mit großem Lager, mit Runddach. Entfernung 1100. Hörer, jetzt M.G. He dot. Dann fallen shame auf dem Lagerberg. Abonniert. Aufmerksamkeit 1100. Drei. 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 Hörer, jetzt der Rundfussel, Schnell die 3 Schuss nach. 10 Feindpanzer wurden vernichtet. Wenn Bad 1 wieder klar ist, weichen wir alle aus in die 3 2. Das waren noch 4 Minuten. Jetzt erstmal keine Änderung, wir bleiben dann jetzt hier in der Formation. Der 3er bleibt jetzt im ostwertigen Teil, ich bleibe in der Mitte, der 1er wechselt dann gleich auf meine rechte Seite. Einverstanden. Verstanden, wir gehen in die ostwertige Geschobene von 3 2. 1, du bist dann die zweite von links. Ja. 2, du bist 3 St. Liefmann zu antreten. Versuch auf 3 1. Liefmann zu antreten und zugehör rechter Buenos Aires Dr. der Jungsgrenze der Jungsgrenze zwei Minuten Achtung, Kampfpanzer Süd-Süd-Ost zwei Stück erkannt bei abriegeln Panzer, K.E. Plateau, 3-3-1 Feuer Panzer Feuer ein vernichtet geladen, Feuer getastet Feuer Trepperblitz das selbe Ziel geladen, Feuer getastet Feuer Trepperblitz das selbe Ziel geladen, Feuer getastet ein Panzerzug Feuer ein Panzerzug Feuer zu kurz geladen, Feuer getastet 20 Sekunden Panzer Panzer Feuer Trepperblitz einen weiteren vernichtet geladen, Feuer getastet Feuer Feuer repariert Feuer 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 zurück in die Stellung Trepperblitz ein weiteren vernichtet alle Teile ausweich und sofort übernehmen und fahren in die Stellung 32 ganz im Osten und wenn du über den Vorderhang fährst vorher nebeln ja jetzt nebeln und immer ein bisschen zickzack fahren halt das in der Stellung ist ein 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 und munitionieren auch mal nebel nach geht bloß nebel werfen oben menüleiste aber fahrzeug umladen munition umladen smoke hab ich nur nebel werfen als auswahl munition umlade geht gar nichts munition umladen ein panzer im südwesten zwei weitere panzer kommen ja solange du blick drauf hast mach die weg nur 8 10 ausweiten umladen hab ich durchgeschossen 10 ausweiten 10 ausweiten Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Und Stellung nach Süden. Bevor wir in die Stellung fahren, nachmunitionieren. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hinter die Bäume fahren. Okay, steht. Nachmunitionieren. KI. KI nachladen. Ja, geht mal wieder nicht. Er dauert ein bisschen länger, bis er hinterlos dreht. Da wir noch genügend Munition haben, brauchen wir noch nicht zum Moon LKW. Ja. Das ist aber eigentlich auch noch gut. 1-2 auf Überblick Richtung Feindweiberalben. Einverstanden. Also, wenn erstmal alles Kai in den Turm was gibt. Und Nebelnach funktionieren. Ich lade alles aber nach um. Ne, bleib erstmal. Oder wieviel Schuss hast du im Turm? 5 zu 31. Ja, bleib trotzdem erstmal. Wenn ich vorne bin, kannst du umladen. Okay, ich fahre nach vorne. Okay, ich fahre nach vorne. Panzer. Wir stehen unter dem Fuß. Mein Brandler zerstört. Nachladenschein beendet, wieder vorfahren. Wir müssen aber in allgemeine Richtung Süd-Süd-West fahren. Da sind Feindpanzer. Beendrichtung. Kampfpanzer. Süden. Dass du so sicht. Zurück. Halt. Halt. Lass uns. Wir haben dann halted. Das Feuer getastet. noch mal weiter zurück und rechts anziehen rechts rechts fahren anders nach rechts drehen vorwärts weiter war links 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 gerade langsam ich wieder auf richtigen wir fahren weiter zurück so dass wir insgesamt mehr nach osten sind links anziehen gut weiter links 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 vorwärts links an der baumreihe einstehender baum links von der baumreihe hart links davon so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sollen ausweichen, auf VV dazu, Charly 1, Beziehstellung westlich, beim Chef zweite, Charly, Charly 3 bleiben, hinter Charly Zucht, zweite, Lauenau. 1 verstanden, ausweichen, westlich neben Chef Hansa. 3 verstanden, ausweichen, knapp östlich des östlichsten Fahrzeuges, war das richtig? Ja, bleiben in der Senke hinter dem Charly Zucht, genau. Jetzt ausweichen? Ja, jetzt ausweichen. 3 rollt. 4 rollt.